Hallo, ich bin Robert Hertel, ich bin Vorstand der Handpage AG. Die Handpage bekannt für ihre Mode aus Hanf. Ich persönlich bin zum Hanf gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, aber je länger ich mich mit der Pflanze beschäftige und ihren Möglichkeiten, desto begeisterter bin ich. Über all die Jahre ist die Begeisterung nur gewachsen. 1991 habe ich mit zwei Freunden eine Fairtrade-Firma gegründet und wir haben begonnen mit Ländern in Zentral- und Südamerika, später Nepal, Indien und im Laufe der Arbeit haben wir sehr schnell gemerkt, wie zerstörerisch die Textilindustrie ist, auch aus ökologischer Sicht. Und neben dem Fairtrade-Aspekt haben wir deswegen sehr früh angefangen, auch ökologische Themen zu bearbeiten. Wir hatten damals eines der ersten Bio-Baumwoll-Projekte in Indien mit Greenpeace, der war damals unser größter Kunde. Aber ich musste auch feststellen, dass es bei allem Engagement ist, nicht so leicht ist, als kleine Firma so eine riesige Industrie zu verändern. Ich war auch etwas deprimiert und ich glaube, Hanf, zu dem wir damals über den Kunden gekommen sind, hat mich wirklich von Beginn an fasziniert. Und ich bin im Herzen mehr ein Techniker als ein Kaufmann. Und die Möglichkeiten, die da begraben lagen nach so langer Prohibition, es hat mich von Anfang an fasziniert. Und wir haben also innerhalb kürzester Zeit neue Techniken, neue Qualitäten und ganz spannende Sachen erlebt. Und das hat bis heute nicht aufgehört. Also die Begeisterung für Hanf ist über all die Jahre eigentlich nur gewachsen. Zu Beginn haben wir eigentlich hauptsächlich Accessoires gemacht. Unser erstes Land, Guatemala, war berühmt für seine kleinen bunten Webereien. Ob das jetzt als Armbändchen, als Weste, als Gürtel und sonstiges. Aber relativ schnell sind wir immer mehr in die Bekleidung reingekommen. Angefangen hat das Ganze in Bolivien mit Alpaka aus einem Sozialprojekt. Das waren Pullover, klar, und Schals. Und so sind wir immer mehr auch in die Oberbekleidung reingekommen. Später in Indien dann sowieso. Da waren zwar noch Rucksäcke, auch ein großer Teil unserer Produkte. Aber nach und nach hat sich das Ganze doch ziemlich auf die Oberbekleidung konzentriert. Naja, also der Erfolg hat eigentlich nie eine Rolle gespielt, sondern es war immer der Spaß an der Arbeit stand im Mittelpunkt. Und das gute Gefühl Gutes zu tun. Und auch der Dank der Menschen in den Projekten. Ja, und wir hatten tolle Projekte. Und ja, wir haben ja auch für die Umwelt einiges erreicht. Nicht nur für die Menschen, für die wir arbeiten. Und großer finanzieller Erfolg. Ja, da hätte ich besser Zentralheizungs- und Lüftungsbauer bleiben sollen, wenn es darum gegangen wäre. Ja, habe ich damals versucht, davon zu leben? Natürlich. Also jeder muss sein Leben bestreiten. Wobei ich hatte in den Jahren vorher als Bauleiter richtig gutes Geld verdient. Und das Geld war mir nie so wirklich wichtig. Es ging mir wirklich um den Spaß. Und ich war in der Situation, zu Hause zu wohnen. Später in einer wirklich günstigen Wohngemeinschaft. Meine Bedürfnisse waren eigentlich gedeckt durch meine Abenteuer. Also meine Abenteuerlust wurde befriedigt durch die vielen Geschäftsreisen in Länder, in denen wir Projekte hatten, mit denen wir Arbeit angestoßen haben. Und ja, das war mir das Wichtigste. Geld wurde für mich erst ab dem Zeitpunkt wieder ein bisschen wichtig, nachdem ich Vater geworden bin. Und natürlich auch für das Auskommen meiner Tochter sorgen musste. 1994 sind wir das erste Mal in Kontakt mit Hanf gekommen, über einen Kunden von uns, der seine Wintermonate immer in Asien verbracht hat, im goldenen Dreieck. Und ja, also am Anfang fand ich den Hanf eigentlich nur witzig und lustig. Und dieses Hemd kann man nicht rauchen und solche Späße wie das. Aber nachdem ich dann zum ersten Mal und es war 1995 in Kontakt gekommen bin mit der industriellen Produktion von Hanf in Rumänien, da war sofort mein technisches Herz geweckt. Mir war sofort klar, 70 Jahre ohne Innovation, da liegen so viele Möglichkeiten begraben, die einfach nur hervorgeholt werden müssen. Und wir haben wirklich in kürzester Zeit, haben wir es geschafft, in Rumänien Qualitäten und Techniken einzuführen, die uns qualitativ ganz nach vorne gebracht haben. Und das haben sehr schnell auch die anderen Handfirmen gemerkt. Und wir wurden auch viel kopiert. Unsere Innovation hat damals so stattgefunden, als dass wir die Fabriken in Rumänien bezahlt haben für ihre Arbeitsstunden, für die Maschinenstunden und natürlich das Rohmaterial. Und wenn wir erfolgreich waren, dann hatten wir eine 18-monatige Exklusivität auf unsere Erfindungen sozusagen. Und nachdem das ein fortlaufender Prozess war, haben wir es also über all die Jahre geschafft, eigentlich immer ganz vorne dran zu sein, technologisch und qualitativ immer den Hauch besser zu sein, als unsere Mitbewerber. Also Hanf in Europa, gepusht durch uns, ist vielleicht die falsche Aussage. Denn es war ja ein politischer Kampf zunächst, dass der Hanf auch wieder angebaut werden durfte. Und diesen Kampf, den haben andere Leute gekämpft und auch gewonnen. Matthias Bröggers allen voran mit seinem Buch Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf und mit allem, was sich daran angeschlossen hat und mit seinen Vorträgen und so weiter. Das ist eine Blume, die können wir uns nicht anstecken. Wir haben technisch viel geleistet, was die Qualitäten angeht. Und Rumänien war ja damals auch noch kein Teil Europas. Die hatten gerade ihren Diktator hinter sich gelassen. Das Land war in einer sehr schwierigen Situation. Aber Rumänien war der weltbeste Produzent von Hanf, nicht nur europaweit. Leider wurde im Laufe der Privatisierung in dem Land die Hanfindustrie komplett zerstört. Und es ist sehr schade. Ich glaube, Rumänien könnte heute noch eines der führenden Länder weltweit sein, trotz der großen Innovationskraft Chinas, wenn damals nicht alles zerstört wurde. Aus niederen Beweggründen. Es wurden die Maschinen von riesigen Fabriken verkauft für Schrottgeld. Für Altmetallwert haben zum Teil 3.000, 4.000 Menschen übers Wochenende ihre Arbeit verloren. Und es war sehr traurig, das mit anzusehen und als kleine Firma nichts dagegen machen zu können. Und da damals entstand eben auch die Idee, die HempAge zu gründen, um eben doch vielleicht an finanzielle Mittel zu kommen, um diese Entwicklung etwas entgegensetzen zu können und vorhandene Kapazitäten in Rumänien zu retten vor dem Untergang. Leider hat es nicht gereicht. Die Motivation zur Gründung von HempAge kam aus der Hoffnung mit dem möglichen Kapital, dessen Aussicht stand. Damals waren Aktiengesellschaften ja auch groß im Kommen und auch kleine Aktiengesellschaften. Und ich hatte damals auch wirklich die Hoffnung, mit dem eingeworbenen Kapital vielleicht doch etwas ändern zu können an dieser Entwicklung, die wir in Rumänien miterleben mussten. Und vielleicht eben auch Kooperationen. Damals gab es die Treuhanf AG zum Beispiel, die auch in Rumänien damals investiert hatte. Und wir hatten wirklich die Hoffnung, vielleicht ein paar Kernbetriebe, die für ihre Qualität bekannt waren, retten zu können, mit diesem Investment. Ja, wie sich dann leider herausgestellt hat, war die Gründung der Aktiengesellschaft mein größter Fehler. Also, es ist halt doch das kapitalistische Denken. Und die wahren Intentionen meiner damaligen Berater sozusagen, die waren doch ganz anders gelegen, als ich das gehofft oder erwartet hatte. Und letztendlich ist das, wofür wir eigentlich die Handpage gegründet hatten, nämlich Kapital zu haben für Innovationen und für die Rettung dieser Firmen. Genau das Gegenteil ist passiert. Das Geld, das wir sofort investiert hatten, vor dem hatten wir leider nie mehr etwas gesehen. Und mein damaliger Aufsichtsrat, Vorsitzender und größter Aktionär hatte mehr Interesse an unserem Ableben als an unserem Erfolg, weil er gegen uns gewettet hatte. Und das Ganze hat damit geändert, dass wir eigentlich zehn Jahre lang gar nichts machen konnten. Wir waren in einer PAD-Situation mit einer Sperrminorität, dieses größten Investors, der alles verhindert hat. Und ich hatte als Vorstand ja auch nicht mal die Genehmigung, weitere Kredite aufzugeben, obwohl andere Aktionäre uns gerne mehr Geld gegeben hätten. Aber das wurde eben alles unterbunden in der Hoffnung, in der Hoffnung, wir würden es nicht schaffen. Und dass wir es trotzdem geschafft haben, es ist vor allem auch unserem heutigen größten Geschäftspartner und guten Freund, dem Ding Hong Liang, unserem chinesischen Lieferanten zu verdanken. Der, als ich ihn damals kennengelernt habe und ich ihm erklärt habe, in welcher schwierigen Situation die Firma ist und dass ich mir eigentlich gar nicht sicher bin, ob ich denn, wenn er für mich produziert, auch seine Ware wirklich bezahlen kann, aufgrund dieser angespannten Situation mit meinem Aufsichtsrat, hat er zu mir gesagt, Robert, ich habe schon so viel über dich gehört und ich weiß genau, ich kann mich auf dich verlassen. Und wir haben tatsächlich Ware aus China von jemandem, der uns gar nicht kannte, auf Rechnung bekommen. Und damit haben meine Gegner nicht gerechnet, die Investoren. Und ja, das hat es uns letztendlich ermöglicht, auch so lange durchzuhalten, bis dann irgendwann die Paz-Situation aufgebrochen ist und wir dieser Sperrminorität, die uns über acht Jahre an allem gehindert hat, dieser habhaft zu werden und dann wieder arbeiten zu können wie eine normale Firma. Leider ist natürlich in diesen, ja, insgesamt zehn Jahren dann auch nichts passiert von dem, das wir uns vorgenommen hatten. Es war ja eben kein Geld und keine Möglichkeiten da, unsere Forschungen auf dem Gebiet weiter zu treiben und die Innovation. In dieser Zeit ging es für uns ums nackte Überleben. Zwischen 2000 und 2010. Also man kann sagen, ab 2012 waren wir wieder eine normal laufende, ordentliche Firma, die auch positive Abschlüsse hatte. Ja, also mit dem System der reichen Länder gegenüber den Armen, ja, bin ich ja schon relativ früh in dieser beruflichen Karriere in Kontakt gekommen. Die ersten Projekte damals, mit denen wir in Guatemala gearbeitet haben, später in Bolivien, zum Teil waren das Menschen, die wirklich auch ihr Leben und ihre Kraft geopfert haben, um anderen Menschen dort zu helfen. Aber das ganze System der Entwicklungshilfe ist auch völlig korrupt. Und das musste ich leider auch sehr schnell feststellen. In Guatemala waren damals Drogenkönige auf Kosten des deutschen Steuerzahlers hier in Europa auf Messen unterwegs und wurden getätschelt. Und ja, oft war es so, dass Militärregierungen in solchen Ländern mehr Hilfe und Aufmerksamkeit bekommen haben, als irgendeine demokratisch gewählte Regierung, die vielleicht etwas linkslastig war und deswegen unseren Politikern nicht so angenehm, das alles mitzubekommen. Und wie doch letztendlich die großen ausbeuterischen Systeme subventioniert werden und die Hilfe oft nur auf dem Papier besteht, die wir angeblich tun. Inzwischen, und ich hatte damit überall Kontakt, auch in Rumänien, das waren wahrscheinlich die korruptesten Personen in der deutschen Entwicklungshilfe, die mir jemals über den Weg gelaufen sind. Aber es gibt überall solche und solche und leider können sich die Korrupten so leicht bedienen. Heute gibt es das sogenannte PPP, Private Business Partnership. Und ich finde das schon echt alarmierend, dass in Deutschland inzwischen unter Entwicklungshilfe verstanden wird, dass deutsche Firmen Geld bekommen, um in den armen Ländern Fabriken aufzubauen und Sonstiges, wo auch keinerlei Grundlagen eingefordert werden von Sozialstandards für diese Menschen vor Ort. Und das Geld kassieren deutsche Firmen. Auch wir bekommen jährlich Angebote, doch bei Projekten mitzumachen in Afrika, ja, und bekommen viel Geld geboten. Aber das hat in meinen Augen mit Entwicklungshilfe nichts mehr zu tun. Das ist eine verdeckte Wirtschaftshilfe für deutsche Konzerne und Großunternehmen. Aber von dem eigentlichen Gedanken, Menschen in ihrer Situation zu helfen und vor allem diese Hilfe zur Selbsthilfe, ja, das ist leider Gottes alles längst hinten runtergefallen. Im Unbeliebtmachen bin ich gut, das weißt du ja. Das ist ein bisschen. Ja, das ist ziemlich gut. Das ist so gut. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020